Vom Tierarten, da gibt sie einen mit, wenn man halt merkt, dass es nicht weitergeht und dann ist aber nochmal, sonst stritzt man, kriegt der Hund halt so ein bisschen gestrickt. So eine Art Wehen, genau, okay. Genau, so Wehenkörner zum Mittel und dann, bis dann, wenn man noch nicht geht und dann sehr unwahrscheinlich ist, dann schlitt man rein ins Tierarten. Die greifen da wirklich rein, also das bleibt nicht im Glück drin, logisch. Dann hast du dich mit der Hand, die gehen dann in die Scheibe rein, in den Geburtskanal und holen das Tier dann auf. Aber du siehst, wie sie am Rumpen ist. Aber da ist die Person, dass das nicht mehr so viele da sind, dass sich zum Beispiel so ein Wettbewerb auch klären, auch das gibt ja nicht alles. Dann muss der ja gedreht werden zum Beispiel. Das weiß man ja halt, weil es sind ja nicht mehr so viele da. Dann können die die Kuris nicht gerade. Dann legen die sich einfach falsch hoch. Die Druckblase ist schon aufgeplastet ... Ja.